Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal von mir, von Peppy. Und zwar haben wir heute eine Powerbox vom Lidl. Ich bin immer sehr gespannt, was das Ding so kann. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Kometen-Fan. Aber ich hab mir gedacht, so was ein bisschen, sobald die Dämmerung anfängt zu haben, ist das eigentlich ganz witzig. Und naja, da ist so eine 100 Schuss Powerbox, die eine Brenndauer von 50 Sekunden hat. Gar nicht mal so schlecht. Ja, 100 Schuss sagte ich bereits und naja, die hat eine Effekthöhe von 25 Metern, was glaube ich für 11 Millimeter Kaliber ziemlich gut ist. Die NEM suchen wir auch mal kurz raus. Die beträgt 175 Gramm. Ja, das heißt, viel Spaß jetzt gleich bei der Zündung und ich bin mal gespannt, wie ich die finde. Äh, Powerbox, hier. So, viel Spaß. 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 So, viel Spaß.